Aktiv wie immer, vier Videos an Heiligabend, ähm, ähm, ja. Wollt ihr euch auch mal vorstellen? Ne. Gut. Ne, eigentlich ist es eher weniger, ja. Äh, JoWolf, sie heißen Jens Keller, ne? Alter, ich hab gedacht, ich bin jetzt in der Schütze und mach ein Tor. Oh, leider bin ich das nicht. Heute ne Folge Rocket League, also es kommen vier Folgen Rocket League, weil die Aufnahmen schnell gehen, ähm, ähm, weil ich da also Nude bin, mein ich. Nude-League spielt sich selber. Ne. Achso, doch. Ich bin gerade voll, ich kann ja einfach ein Tor erfahren. Es ist so peinlich, Rocket League bei mir aufzunehmen. Oh ja, oh ja, oh ja, oh ja, oh ja, oh Gott, oh Gott, oh Gott, der macht einen Kanter draus. Beruhigt euch. Ich hab den Ball unter Kontrolle. Ich fahr den Bettmobil, weil ich ein Schwitzer will. Weil ich da mal rein gepäht hab in einem Drecksgame. Äh, in einem... Gutes Spiel, gutes Spiel. Ja, das ist ein Halbschritt. Meine Vorlage, meine Vorlage. Alter, ein Monster. Ja, der erste in unserem Team. Hm? Der letzte in unserem Team. Tja. Ist eben nicht oder. 16 Punkte, wie kann man denn sowas inkriegen? Fleder, ich hab grad in Chat L eingegeben. Und in sich fangen ganz hinten Leggings. Mach's ja. Was kommt, wenn man K eingibt? Ich küsste. Was kommt, wenn man A eingibt? Tsch, tsch. Was kommt, wenn man B eingibt? Ist das ja gedämlich, oder wie du das warst? Was kommt, wenn man G eingibt, Fleder? Wollen wir austesten? Gold so. Mal gucken, was bei K rauskommt. Kinshasa, bestes Touristenziel der Welt. Hashtag Werbung einblinden. Ähm, äh, ja. Äh, ich glaube, ich schneide sogar das Rocket League-Video. Fass, warum? Machst du die rechten Sprüche raus? Nein, warum sollte ich das Video schneiden, Alter? Das war ein Spaß, Stefan. Ich schneide nicht mal eine 20-Minuten-Aufnahme von FIFA. Stimmt. Ja, das ist ja auch unnötig. Ja, fack, oder? Da liegen fast, wo ich die Erde bin. Ich hab'n. Na, schade. Ja, das sind alle verarmt. Ja. Ja, alle gefakt sind ja aus eigenem Team. Naja, den ist der. Der Fabelhafte. Er schreibt Ease. Was? Was kriegt er auf den Maul? Ah ja, Gold so kommt nicht, wa? Nein, das war ganz hinten. Es war wirklich ganz hinten. Andere Wand fahren kann ich. Und auch nicht. Ich bin so froh, wenn ich diese Aufnahme sehen kann. Ich bin einfach an dem zweiten Ball vorbeifressen. Oh, 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 oh. Das ist einfach schön. Alter, das war gerade eine gute Aktion von mir. Ach, Mann, Alter, nur Eigentore. Oh, ja, so ein Strahlhaus wird wie Davy Selkow. Das war eine Eigentor von Fleder. Ja. 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 Jo, Mom, gay, Alter. Ey. Der beleidigt meine Mama. Ja. Er heißt CDU und AfD-Pfotzen. Äh. Das sind Deutsche. Das sind Deutsche, Alter. Und er schreibt CDU. Und er schreibt ja auch nicht die rechte Sachen raus. Und er schreibt ja auch am Geld. Wir sind in der Aufnahme. Das stimmt, du war scheiße. Ich will gerade so gerne die Sätze sagen, die hier, äh, nicht gewünscht sind. So, da kann ich schnell einfach in den Chat schreiben. Leidige sie. Ich glaube, Mario sei echt, sein Fortnite-Namen. Ich hab' die geschrieben. Ach, die schreiben alle. Die schreiben alle. Ich würde reingeschrieben sein. Warum müsst ihr da eigentlich in den Ragen? Wir sind deutsch, hör auf mit dem Drecksenglisch. Ich kann jetzt nicht, ne? Ich muss schreiben. Ich wollte auch schreiben. Ähm, Fleder. Ja. Wo seid ihr? Ähm, Buste holt. Buste holt. Puta. Aha. Ich hab' ihnen geschrieben. Tu madre esta una puta. Du bist mit der Weste. Äh, du kann da... Er ist dabei in Kontakt. Ja, auch so. Deutsche oder auch... Äh, spanisch. Löst du dich, allgemein in Julien. Man, die kann auch spanisch und ich nicht. Was hat er geschrieben? Ich kann mit 10 zählen. Du, ja. Irgendwann. Ja, was? Der 10er bis 10. Äh, warte mal. Oh, nee, warte, das war von... 1, 2, 3, 4. Das war französisch, Jonas. Ich muss, ich muss erst kurz meistens meine Werkzeug-Schicht bekommen. Ich sag keine Wiese. Das war aber auch irgendwie so. 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6. Du? 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 Wie stehst du 1? 3. Aber ich hab in der Klasse noch eine 4 Minus. Meinst du? Ey, komm mal, mein Tor ist ja nicht. Junge, ich hab den dahin gebolzt. Wegen an Pfosten. Und dass du den hier drin machst, ist peinlich. Ich hab grad ein Schimpfwort geschrieben. Aber jetzt ist man den Auftrag aber. Du willst... Du willst, dass deine Zuschauer erzählen, was du meinst. Ja, zensier, ey. Kapper. Du bist zensier. Scheiße, Alter. Banane! Pfff! Banane ist ein richtiges Fachwort, ne? Banane ist ein Lika-Mitarbeiter. Banane ist ein Lika-Mitarbeiter. Banane. Ich wusste ihm erst mal schreiben, was er gemacht wurde. Getalibant. Frieda freut sich richtig auf die Aufnahme. Ich wüsste jetzt schon. Na klar, Alter. Ich wüsste ja, wie du an jedem zweiten Ball vorbeifährst. Alter! Bin ich ein Schwitzer! Jetzt fliege ich, ne? Boah, jetzt mach doch deine Bude. Kapper. Baah, Alter, Herze. Jetzt halt den hoch. Jetzt halt den hoch. Oh, doch, ne. Ähm, gebt ein Like. Wenn euch die Aufnahme gefallen hat. Hahaha. Was steht denn da oben? Achso. Ähm. Tschüss. Tschüss. Like, like, like.